Es kam so ein junges Mädchen, der ihr Freund hat ihr Geld gegeben, glaube ich, 3.000 Euro und sie soll mal einkaufen gehen. Und das war der Freundweg. Und dann wusste sie, dass der Typ nun wieder kommt. Und dann hat sie im Taxi eingestiegen und hat gesagt, du fährst mich mit diesem Geld, bis alles oder steige ich raus. Das war's. Und dann kommt die Autobahn hoch und runter, da rein, da. Also da kannst du nicht dieses Geld ausgeben, das geht nicht. Und dann hat mir auch so leid gedacht, hey, geh mal nach Hause. Und dann hat sie gesagt, wenn du das nicht willst, ich geh steig, ich steig nicht zum Taxi. Aber auch Taxi. Ja. 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 Ja.